Gegner eliminiert, Mission erfolgreich. Mission erfolgreich. Den Bereich sichern. Die Bomben weiterschützen. Volkern wird pliziert. Schutzklatten werden eingesetzt. Stacheldraht eingesetzt. Volkern bereit. Schieß darauf, wenn nötig. Nur noch 10 Sekunden. Stacheldraht angemacht. Kieber eingesetzt. Das Verschaffungszeit. Es bleiben 5 Sekunden. Achtung! Die Gegner haben eine Bombe gefunden. Bombe vom Gegner. Kieber sieht gut aus. Kieber platziert. Ein Operator des eigenen Trucks verbleibt. Kieber platziert. Die Gegner haben einen Entschärfer neben einer Bombe platziert. Zerstört! 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 Ein Gegner. Mission des eigenen Todes.